Nummer 6 ist der Intex Pure Spa Octagon Bubble Jet mit Salzwassersystem. Der Intex Whirlpool bietet mit einem Durchmesser von 218 cm und einer Höhe von 71 cm genug Platz für bis zu 6 Personen. Dank seiner hochwertigen Konstruktion aus laminiertem Vinyl und der FiberTech-Technologie ist der Whirlpool sehr strapazier- und widerstandsfähig. Der Whirlpool hat 140 Luftdüsen für eine angenehme Entspannung und 6 verbaute Jetdüsen für gezielte Massagen. Über die Heizautomatik kannst du die gewünschte Badetemperatur einstellen, während das integrierte Kalkschutzsystem die Lebensdauer des Whirlpools erhöht. Das integrierte Salzwassersystem bietet alle Vorteile einer natürlichen Wasseraufbereitung. Gerade im Bereich Funktion, Stützfunktion, Wärmeleistung und Preis-Leistungsverhältnis schneidet er bei Kunden sehr gut ab. Wenn du einen großen achteckigen Whirlpool suchst, der sich auch mit Salzwasser desinfizieren lässt, kann dieser Intex Whirlpool der richtige für dich sein.